Morgen ist ja ein besonderer Tag in der Pandemie-Geschichte. Da wird dieser sogenannte Evaluationsbericht vorgestellt. Das heißt, Experten oder Regierungen ausgewählte Experten haben sich die diversen Maßnahmen angeschaut und geprüft, welche viel gebracht haben. Die Lockdowns, die Masken, die Schulschließungen. Was hat was gebracht und was nicht? Dieser Bericht wird schon heftig kritisiert, bevor ihn überhaupt irgendeiner gelesen hat. Herr Lauterbach scheint vor dieser Evaluation Angst zu haben wie der Teufel vor dem Weihwasser. Es gibt mittlerweile ja auch ein Hashtag, der heißt Wir-wollen-Masken-Pflicht. Es gibt in der Gesellschaft einen Willen bei vielen, gar nicht so wenigen, auf keinen Fall aus dieser Pandemie irgendwie rauszugleiten. Herr Montgomery, der Ärztefunktionär, ist auch so ein Fall. Und zwar, das ist das Erstaunliche, relativ unabhängig von der Lage, in der man sich befindet. Wie die Lage im Herbst und Winter sein wird, kann niemand wissen. Es ist unbekanntes Gelände wie die Zukunft im Allgemeinen. Wie ist die Lage heute? Die Lage heute sieht so aus, dass von einer Überlastung des Gesundheitssystems und der Intensivstationen keine Rede sein kann. Ich glaube, da wird Herr Spahn mir nicht widersprechen. Und dass die Inzidenz, die Infektionszahlen, nicht mehr die Bedeutung haben, die sie zu Beginn der Pandemie hatten. Weil wir es mit einem in der Regel milden Verlauf zu tun haben. Das ändert nichts daran, dass man Risikogruppen, z.B. Menschen in Altenheim, besonders schützen muss. Aber insgesamt ist die Gefahrenlage doch eine andere, als sie am Anfang gewesen ist. Und mein Eindruck ist, und da finde ich, sollte man wachsam sein, da sollte die Gesellschaft wirklich aufpassen, dass man uns in einen 3. Corona-Winter hinein, also geistig gesehen, hineinprügeln möchte. Obwohl es die reale Lage möglicherweise gar nicht hergibt. Ich sage dazu, um nicht missverstandet zu werden. Wenn übermorgen eine gefährlichere Variante um die Ecke biegt oder wenn tatsächlich die Intensivstationen wieder volllaufen, muss man natürlich völlig neu nachdenken. Dann muss man was machen. Ich bin ja nicht gegen Maßnahmen, aber ich bin dagegen und ich bin 3-mal geimpft und alles, ich habe alles mitgemacht. Und zwar aus Überzeugung. Jetzt nicht ungefähr, nicht weil man irgendwelchen Druck auf mich ausgeübt hätte. Hat niemand. Aber wenn wir Freiheitsrechte kassieren, wenn wir das Leben der Leute regulieren, man kann das machen. Aber man muss triftige Gründe dafür haben, finde ich. Es muss Gründe dafür geben. Man kann das nicht Pi-Mei-Daumen oder aus dem Bauchgefühl heraus machen. Und diesen Eindruck habe ich im Moment. Wir haben in Deutschland, ich muss wieder auf Deutschland zu sprechen kommen, also offensichtlich ein größeres Angst- und Panikpotenzial als anderswo. Und ich höre ja auch, wenn ich das Radio oder das Fernsehen anschalte, ja auch pausenlos ein Panikorchester spielen. Und in unseren Nachbarländern sieht es halt doch vielleicht mentalitätsmäßig ein bisschen anders aus. Ich bin kürzlich mit der Eisenbahn nach Holland gefahren. Sie glauben gar nicht, wie sich das Leben verändert, sobald Sie die niederländische Grenze überschritten haben. In den Bussen und U-Bahnen keine Maskenpflicht. In den Zügen keine Maskenpflicht. Glauben Sie, die Holländer wollen aussterben? Sind die alle irgendwie suizidgefährdet? Oder sind die alle blöde? Ich glaube nicht. Die Holländer haben aber generell ein anderes Naturell. Ich habe in Holland studiert und das ist alles ein bisschen anders. Ja, ja, aber in anderen Ländern, Dänemark, Tschechien, da bin ich auch gewesen. Ich habe ein paar Mal sozusagen das Land verlassen, ja immer legal. Und da ist die Stimmung einfach eine etwas andere. Ich will das jetzt gar nicht groß kritisieren. Ich will nur sagen, damit komme ich zum Schluss, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht ohne wirklich überzeugende Gründe in diesen dritten Corona-Winter hineingetrieben werden. Frau Gabert, würden das die Bürger denn überhaupt noch mitmachen, im dritten Corona-Winter? Schwer zu sagen, aber ich finde auch, wie ihr schon sagt, wir dürfen nicht so viel Panik machen. Wir dürfen die Leute nicht so trennen. Also ich zum Beispiel bin jetzt gerade auf Deutschland-Tournee und wir haben sehr strenge Corona-Regeln und wir müssen nun mal die Maske den ganzen Tag tragen, was ich auch gerne mache. Also ob es nur eine Maskenpflicht gibt oder nicht, ich würde trotzdem eine Maske tragen. Und ich werde aber mal ganz schief von den Leuten angeguckt. Und da gibt es wirklich zwei Seiten. Und die einen sind halt für diese Maßnahmen und die anderen gegen. Und das wird die ganze Zeit so, auch da, wo ich jetzt wohne in Balingen, sind sehr viele Querdenker. Und man merkt schon, wie die Leute so aggressiv untereinander sind, wie die Bürger untereinander. Aber ich denke schon, das hat halt viel natürlich mit der Presse, aber auch mit der Politik zu tun, weil die stacheln das auch schon die ganze Zeit an. Und man hört halt wirklich nur dieses eine Thema, Corona jetzt, der Krieg, Umweltpolitik. Es gibt eigentlich nur Probleme. Und deswegen möchte ich unbedingt in der Veranstaltungsbranche meine Shows machen, damit ich die Leute ein bisschen auf andere Gedanken bringe. Und ich hoffe, dass ich das dann auch darf im Oktober in meinen eigenen Shows machen. Weil ja, die Leute sind müde. Und man sieht es ja auch, diese ganzen Konzerte, die jetzt alle stattfinden. Die Leute wollen raus. Die wollen endlich aufhören, diese ganzen Sorgen zu haben. Und wir haben einfach gerade sehr viele Probleme. Und ich hoffe, dass die Politik da helfen kann. Die Regierung ist da. Weil ich muss ehrlich zugeben, ich verstehe nicht so viel von Politik. Und deswegen gebe ich eigentlich auch, wie gesagt, mit Vertrauen meine Stimme an die Politik und hoffe, dass sie es besser machen. Aber gerade läuft halt sehr viel falsch. Und ja, wir hoffen einfach, dass alles besser wird. Aber ich hatte es eben ja schon gesagt, wir werden ab morgen darüber diskutieren. Das gehört sicherlich auch dazu, wie die einzelnen Maßnahmen zu bewerten waren. Und ich kann Ihnen nur sagen, das war die Position der FDP auch während der Corona-Zeit und gerade jetzt auch in den letzten Monaten, dass wir keine Freiheitseingriffe mehr zulassen werden, nur weil es der einfachste Weg ist. Aber es gibt auch andere Themen, wie Spritpreise oder die erhöhten Kosten der Lebensmittel. Die FDP hat ja auch 2G mitgetragen, beispielsweise die Ausgrenzung im Winter. Wir haben am Ende des Tages, das ist richtig, eine Abwägung getroffen. Aber man muss ja immer sagen, weswegen war dies noch nötig. Und deswegen haben wir, glaube ich, schon dafür gesorgt, dass eine Reihe von Maßnahmen, zunächst erst mal, in der Möglichkeit, die wir als Oppositionsfraktion seinerzeit hatten, Parlamentsbeteiligung etc. in die richtige Richtung gegangen ist. Und dass wir in diesen letzten Winter so reingegangen sind, das, wie gesagt, liegt ein Stück weit daran, dass wir den Regierungswechsel auch erst Anfang Dezember hatten. Wir hatten eine Bundestagswahl Ende September. Wir hatten sicherlich auch andere Konstellationen. Das ist ja klar. Wir hätten lieber Jamaika verhandelt. Dazu war die CDU leider nicht in der Lage. Sie hätten eigentlich lieber gemeinsam mit Herr Spahn regiert. Nein, ich glaube, wir hätten die Union schon auf den richtigen Weg gebracht nach den vergangenen 16 Jahren. Aber unabhängig davon, der letzte Winter war ein Winter... Aber in den letzten 16 Jahren war die Union ja nicht immer noch alleine. Der letzte Winter war ein Abbild der Situation, wie wir das Land vorgefunden haben. Und ich kann Ihnen nur garantieren, dass wir das jetzt im kommenden Herbst und damit dann auch in Vorbereitung auf den Winter so sicherlich nicht noch einmal sehen werden. Das klingt doch schon... Man hat gar nicht das Gefühl, dass hier so ein paar Landesregierungen... Ich meine, es ist jetzt alles vorbei bei manchen Landesregierungsbeteiligungen, aber da haben wir ja viel... Egal. Sie machen das schon alles richtig. Nein, machen Sie Ihren Punkt bitte sehr, Herr Spahn. Die Sendung ist hier da zu austauschen. Das ist ja ganz beeindruckt davon, als hätte man mit allem nichts zu tun. Aber das machen Sie doch gerade. Man hat ja das Gefühl, dass die letzten 16 Jahre die Union gar keine Verantwortung hat. Natürlich keine Verantwortung hat. Aber wenn Sie sich die Parlamentsreden von Ihnen in Ihren Kollegen angucken, dann hat man nur das Gefühl... Nein, Sie müssen... Herr Mangel, wir haben zwei Dinge... Wir haben so eine... Zwei Dinge unterscheiden. Ja. Das eine ist die Frage der letzten 16 Jahre, die übrigens alles in allem... Ich meine, wir hatten die längste Wirtschaftswachstumszeit in der Geschichte... Aber was haben Sie daraus gemacht? Jetzt warten Sie mal kurz. In der Geschichte der Bundesrepublik so viele Erwerbstätige wie nie zuvor. Wir hatten Haushaltsüberschüsse. Hat es bei FDP-Regierungsbeteiligung schon lange nicht mehr gegeben. Haushaltsüberschüsse, Sozialversicherungen stabil. Das waren schon auch viele, viele gute Jahre. Und trotzdem, ja, gibt es auch Themen. Die zu starke Abhängigkeit von Russland. Überhaupt gar keine Frage, dass wir da... Übrigens, vieles ist 2000... Digitalisierung des Landes. 2009 bis 2013 auch. Also wir haben alle da eine Verantwortung mit. Aber es gibt zwei Dinge zu trennen aus meiner Sicht. Das eine ist die Frage, warum sind wir in der Situation, in der wir jetzt sind? Und der Debatte stelle ich mich auch gern und auch selbstkritisch. Die andere Frage ist, was passiert in der Krise im Krisenmanagement? Seit drei, vier Monaten, seit Kriegsbeginn, hohe Energiepreise. Was ist mit der Frage der Vorbereitung für den Winter? Und die beiden Fragen muss man trennen. Und was ihr ja da versucht in jeder Debatte, und im Zweifel ja auch Sie gerade schon wieder mit angefangen haben, ist ja, ihr wollt die Debatte über das Krisenmanagement und die Probleme, die es auch da gibt. So ein paar Fragen habe ich da jedenfalls auch. Die wollt ihr immer beenden mit dem Hinweis darauf, dass das doch die letzte, dass einer eurer Regierungspartner übrigens in den letzten 16 Jahren, 12 Jahre mitregiert hat, ist ja dann irgendwie auch noch Teil der Geschichte. Deswegen stellen wir uns, und ich stelle mich da auch jeder Diskussion, überhaupt gar keine Frage, schon der Frage, wie. Die Diskussion erleben wir auch gleich, Herr Schwan, nach einer kurzen Unterbrechung. Aber ich habe halt auch... Sie haben die Unterbrechung super anmoderiert. Ja gut. Und danach, Herr Mayer wird gleich antworten, der Weg ist da, wir sprechen gleich über die Ampel nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.